Hallo und willkommen bei MyYugioHTCG. Ich habe auch heute mal wieder ein Deck-Profile für euch. Und zwar ist das heute das Deck von Rex Raptor. Ja, ihr wisst ja, dass ich mich normalerweise immer an dem Battle City Deck der Charaktere orientiere. Bei Rex Raptor ist das jetzt ein bisschen anders. Der ist zwar in Battle City angetreten, aber außer dem Schlangen-Nacht-Drachen haben wir keine Karte von ihm gesehen. Das heißt, ich habe relativ viele Karten aus der ersten Staffel im Deck habe allerdings das dann ergänzt mit Karten aus der Orikalkos-Staffel und habe auch ein paar Karten aus der fünften Staffel, dem KC Grand Championship, mit dabei. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Hier ist die erste Karte. Rotäugiger Schwarzer Drache. Ja, diese Karte verliert er relativ schnell an Joey Wheeler. Ich habe sie jetzt einfach mal hier reingepackt, denn das ist doch eine, ja, nicht unbedingt ikonische Karte für Rex, aber es ist doch eine besondere Karte, die er in dieser ersten Staffel dann spielt. Das war zumindest sein Ace-Monster. Deswegen habe ich es jetzt hier reingepackt. Dann der Schlangen-Nacht-Drache. Ja, interessant, dass so die bekannteste Karte eines Dino-Duellanten dann doch ein Drachen-Monster ist. Ja, kleiner Fun-Fact am Rande. In der ersten Staffel im Königreich der Duellanten erwähnt Rex Raptor, dass diese Karte als Turnierpreis an die Top-Duellanten vergeben wurde. Das war 1999 in Japan tatsächlich der Fall beim sogenannten Duell-Monsters-2-Turnier im Tokio Dome. Auch da wurde an die Teilnehmer der letzten Runde ein Schlangen-Nacht-Drache rausgegeben. Und der ist mittlerweile extrem selten und auch viel wert. Dann geht es weiter mit dem Mega-Zauler. Ja, den hat er auch in der ersten Staffel gespielt. Der Schwertarm des Drachen ebenso. Da ist es ganz lustig. Der hat 2030 Verteidigung. Sowas haben nur ganz wenige Monster. Also, dass die so eine Zahl haben, die nicht durch 50 teilbar ist. Dann haben wir hier Griech-Drache Nummer 2. Hat er ebenfalls im Königreich der Duellanten gespielt. Ein zweiter Griech-Drache Nummer 2. Warum ich da zwei reingepackt habe, das zeige ich euch noch. Dann zweiköpfiger König Rex. Die andere ikonische Monsterkarte von Rex Raptor gehört natürlich ganz klar hier rein. Ein zweiter König Rex und ein dritter König Rex. Das ist meiner Meinung nach diesmal notwendig, den dreimal reinzupacken. Das seht ihr dann ganz am Ende. Warum? Hier haben wir jetzt Urabi. Ja, auch eine Karte. Ich weiß gar nicht, ob Rex Raptor die gespielt hat. Ich glaube, tatsächlich, er hat sie gespielt. Zumindest im Manga kann man sehen, dass er einen Urabi gespielt hat. Ob das jetzt im Anime so war, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber das ist auch eine Karte, die hatte ich in der Anfangszeit von Yu-Gi-Oh! 5-6 Mal und ich weiß noch, dass die keiner haben wollte und ich habe die dann auch vertauscht und verschenkt und so. Und als ich dieses Deck hier letztes Jahr gebaut habe, habe ich mich wirklich gewundert, warum ich keine Urabi mehr habe und musste die tatsächlich nachbestellen. Also echt interessant. Hier ist der zweite Urabi. Und hier haben wir noch einen Dracodon. Auch eine relativ unbekannte Karte. Hier natürlich noch ein zweiter Dracodon. Den hat Rex Raptor auch im Königreich der Duellanten gespielt. Da hieß sie aber Dracadon in der Serie. Lustig. Ja, die kommt aus dem McDonald's 2 Pack. Hat auch keinen anderen Print im TCG bekommen. Also dementsprechend wirklich ziemlich selten und man sieht sie kaum. Ja, das war es dann schon mit den Normalmonstern, obwohl das diesmal wirklich ziemlich viele waren. Und dann geht es mit den Effektmonstern weiter. Und hier ist die erste Effektmonsterkarte der Tyrannendrache. Ja, das war so das Ace-Monster von Rex Raptor in der Orikalkos-Staffel. Wieder interessant, dass wieder mal dieses Ace-Monster ein Drachenmonster ist, wie auch schon im Königreich der Duellanten. Und in Battle City dann eben der Schlangennachtdrache, den er ja dann an Esperober verloren hat. Also der Dino-Duellant hat immer irgendwie Drachen als Ace-Monster. Dann hier endlich mal ein richtig starker Dinosaurier, der schwarze Tyranno. Den hat er im Casey Grand Championship Turnier gegen Siegfried von Schröder eingesetzt. Dann haben wir hier Riesenrex, auch eine Karte, die Rex Raptor in der Orikalkos-Staffel gespielt hat. Dann haben wir hier die Sturmechse. Das ist jetzt tatsächlich ein improvisiertes Monster, einfach ein Reptil, weil ich dachte, ja, es passt thematisch rein. Und er hatte ja in der Serie auch einen Flugsaurier irgendwie, den es als echte Karte nicht gibt. Ich habe jetzt ersatzweise die Sturmechse reingemacht. Warum ich jetzt hier ein Reptil gewählt habe, das seht ihr noch. Dann haben wir hier die Ballonechse und nochmal die Ballonechse. Die hat er auch gegen Siegfried von Schröder gespielt. Und dann noch abschließend zwei Dinosaurier, der Gylasaurus und ein zweiter Gylasaurus. Die hat er auch in der Orikalkos-Staffel gespielt. Die lässt sich ziemlich einfach spezialbeschwören. Ist eine tolle Karte für eigentlich jedes Dinosaurier-Deck. So, dann kommen wir zu den Zauberkarten. Hiervon sind jetzt einige improvisiert, denn Rex Raptor hat tatsächlich sehr, sehr, sehr wenige Zauberkarten gespielt. Und auch sehr wenige Fallenkarten. Ich glaube, die Fallenkarten sind sogar alle improvisiert in diesem Deck. Hier haben wir Goblins letzte Rettung. Ja, die hat er nicht gehabt. Aber ich fand so vom Bild, diese Bären und Pflanzen, ja, das hätten Dinosaurier theoretisch fressen können. Die hätten sich durch irgendwelche Kräuter heilen können. Deswegen dachte ich, komm thematisch, passt die da rein, nehmen wir die dann. Ist auch eine schöne Oldschool-Karte. Die Ultra-Evolutionspille. Ja, deswegen die Sturmeidechse und den Ballon-Lizard. Den Ballon-Lizard hat er ja, wie gesagt, gespielt. Den hat er dann geopfert, um die Ultra-Evolutionspille zu aktivieren und hat dann im Duell gegen Siegfried von Schröder den schwarzen Tyranno gerufen. Ja, hier eine zweite Ultra-Evolutionspille. Deswegen habe ich dann die Sturmeidechse ergänzt, weil ich dachte, sie passt thematisch. Und ich wollte einfach noch ein drittes Reptilmonster haben. Sonst hat man diese Pille auf der Hand. Nur zwei Ballon-Echsen im Deck und ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja, dass man einen Reptilmonster opfern kann, ziemlich gering. Und das wollte ich vermeiden. Deswegen dann insgesamt drei Reptilmonster. Dann haben wir die Polymerisation. Natürlich hier in dem 4Kids-Serien-Artwork. Dann geht es weiter mit Monster-Toy. Die hat er auch nicht gehabt. Es gab allerdings irgendein Videospiel, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welches das war, wo Rex Raptor Monster Thor spielt. Deswegen habe ich die ergänzt. Wobei, es kann doch sein, dass er die gespielt hat. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Also entweder habe ich die wegen dem Videospiel reingemacht oder weil er die tatsächlich benutzt hat. Ich glaube, aber es war wegen dem Videospiel. Dann, ja, Wiedergeburt, die ich in jedem Charakterdeck drin habe. Mystischer Raumtaifun, die auch in jedem meiner Charakterdecks drin ist. Dann Drachenschatz. Ja, Rex Raptor hat einige Drachenmonster. Und er hatte diese Zauberkarte Drachenkrallen, mit der er im Königreich der Duolanten den rotäugigen schwarzen Drachen verstärkt hat. Und da es diese Karte nicht als echte Karte gibt und ich sowieso ein bisschen, ja, improvisieren musste, habe ich dann eben den Drachenschatz ergänzt, weil ich dachte, der passt hier ganz gut rein. Dann habe ich noch einen zweiten Drachenschatz. Immerhin hat er ja mehrere Drachen. Dann habe ich hier Körpertemperatur erhöhen. Das ist dann eine Verstärkung für Dinosaurier. Die habe ich auch zweimal drin. Dinosaurier haben ja eine relativ solide Basisangriffskraft. Deswegen wollte ich da jetzt nicht zu viel Ausrüstungszauberkarten für Dinosaurier haben. Deswegen zweimal Drachenschatz und zweimal Körpertemperatur erhöhen. Dann Ödland. Ja, die habe ich auch dreimal drin. Ihr könnt euch ja sicher an das Deck von Marco Tsunami erinnern, wo ich Umi drin hatte. Und bei Weevil Underwood hatte ich ja Wald drin. Jetzt habe ich hier bei Rexraptor Ödland drin, weil das eben so die drei Duelanten waren, die im Königreich der Duelanten am meisten vom Feldpowerbonus profitiert haben. Und deswegen dachte ich mir dann, okay, Rexraptor sollte dann auch vom Feldpowerbonus profitieren. Und profitieren deswegen Ödland dann dreimal. So, und dann haben wir jetzt hier noch die improvisierten Fallenkarten. Da haben wir einmal Verstärkung. Ich glaube, dass er irgendwas in der Art hatte, was mal einen Dinosaurier verstärkt hat. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Dann habe ich hier bodenlose Fallgrube. Einfach, weil ich mir dachte, ja, ein Dinosaurier kann ja theoretisch fest aufstampfen. Dann könnte die Erde irgendwie aufreißen und da kann dann mal ein gegnerisches Monster reinstürzen. Bodenlose Fallgrube und nicht die normale Fallgrube, weil ich die normale Fallgrube zum Beispiel zweimal in Joey Wheeler's Deck hatte. Und, glaube ich, auch in anderen Charakterdecks verwende. Und ich wollte da einfach so ein bisschen Variation reinbringen und nicht bei jedem Deck, wo ich improvisieren muss, quasi diese Standard-Fallenkarten rein. Also deswegen haben die, manche Decks dann, ein, zwei haben dann Sakurezo-Rüstung. Dann hat jetzt Rexraptor beispielsweise mal die bodenlose Fallgrube. Und er hat noch zwei Säure-Fallgruben bekommen, einfach, ja, um Variation reinzubringen. Und jetzt auch nicht hier dreimal die gleiche Fallenkarte. Und die letzte Karte im Main-Deck ist dann sieben Werkzeuge des Banditen. Da hatte Rexraptor tatsächlich eine sehr ähnliche Karte. Die konnte die Aktivierung von Fallenkarten annullieren, die sich auf Dinosaurier-Monster beziehen. Diese Karte gab es aber im echten Spiel dann nicht. Deswegen habe ich dann auf sieben Werkzeuge des Banditen als Äquivalent zurückgegriffen. So. Dann haben wir noch das Fusions-Deck. Da haben wir Brachioradius. Den hat Rexraptor in der Serie tatsächlich nicht gespielt. Er hatte aber ein anderes Fusions-Monster. Das war dann auch so ein großer Flugsaurier, der, glaube ich, auch 2000 oder 2200 Angriffspunkte hatte. Der Brachioradius ist jetzt die Fusion aus Griechtrache 2 und zweiköpfiger König Rex. Die Rexraptor ja sowieso beide im Deck hat. Also sein richtiges Serienfusions-Monster gibt es nicht. Da bot sich dann der Brachioradius eben als Ersatz-Monster an. Ich habe ihn dann reingenommen. Deswegen ja auch zwei Griechtrachen und dreimal den König Rex. Dann hat man auch die Möglichkeit, den realistischerweise zu beschwören. Und dann haben wir ganz zum Schluss noch eine Karte im Side-Deck. Nämlich das Siegel von Ori Kalkos. Ihr werdet euch sicher noch erinnern an die Decks von Weevil Underwood und von My Valentine. Da habe ich auch das Siegel von Ori... Irgendwie habe ich heute ziemlich viele Versprecher. Da habe ich auch das Siegel von Ori Kalkos jeweils ins Side-Deck gepackt. Einfach weil ich denke, ja, diese Charaktere haben diese Karte eben nur in dieser Ori Kalkos-Staffel gespielt. Normalerweise spielen sie die Karte eben nicht. Und sie sind ja auch alle drei in verschiedenen Staffeln aufgetreten und haben sich duelliert. Deswegen nur eine Side-Deck-Karte. Und bei Yugi, Kaiba und Joey habe ich ja auch die legendären Drachen im Side-Deck. Und dann kann man die quasi ins Main-Deck reinholen und kann dann schöne Ori Kalkos-Duelle machen. Ja, das war dann das Deck von Rex Raptor. Und ich sehe gerade, mein Filmlicht ist ausgegangen. Hier haben wir noch zum Abschluss die Cover-Karte des Decks. Ja, tut mir leid, dass jetzt die Bildqualität schlechter geworden ist. Beziehungsweise die Belichtung schlechter geworden ist. Aber wir sind sowieso jetzt am Ende. Lasst doch bitte Kommentare da. Und wir sehen uns dann demnächst. Das nächste Deck, was ich vorstellen werde, ist dann das Deck von Bandit Keith. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.